Weckt. Weckt. Die Polen noch zurück. Und dann kann ich auch beim Schlafen gehen, wie es aussieht. Ich glaube schon. Und dann kann ich ja schon mal schlafen gehen. Beim nächsten Mal was anderes machen. Das klingt ganz gut, am nächsten Tag. Schlafen gehen. Ja, ja, ja. Und danach gucken wir mal weiter. Hallo, Katze. Miau, ich weiß. So, was mache ich jetzt am besten? Ich habe... Holz. Stöcker habe ich ein paar. Okay, eine Karte habe ich noch dabei. Nochmal Stöcker, Jesus. Leiter, Material, Werkzeug. Samen. Die können erstmal hier wieder mit rein. Pupfer. Ja, super. Pupfer kann da mit rein, weil... Davon habe ich ja noch nicht genug anscheinend. Und das ist alles fertig. Gut. Dann... Mal gucken. Oh, ist es schon fertig? Ich weiß nicht genau, wann was fertig ist. Deswegen lasse ich nochmal luken hier. Genau, ich wollte den Baum einmal fällen, neuen Baum pflanzen, weil... Okay. Dann fahre ich den kurz und pflanzen neun. Ich habe gelesen, dass zufälligerweise Bienen da drankommen könnten, wenn der wächst. Aber da er schon gewachsen ist und nichts passiert ist, denke ich mal, dass es nicht so ist. Und das bringt mich gut zum nächsten Punkt, denn ich möchte gerne einmal zu den Bienen nochmal hin. Hier auf der anderen Seite fahren. So. Dafür brauche ich Glas. Ich habe Glas. Sehr gut. Ich glaube, daraus kann ich Flaschen bauen. Ja. Ja. Perfekt. Ich kann da rein. Ich bring davon mal einen mit. Und ich bring mal ein bisschen Heu mit. Sowie Samen. Und ne Blume. So. Ciao, Emma. Geh erkunden. Und speziell geh... Das war so dumm von mir. Ja. So. Besser. Oh, das war auch dumm von mir. Ich kann nicht rein. Tür. Aha. Tür. 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 Geht doch. Oh. Eine Sonnenblume? Cool. Ich pflanze meinen nächsten Baum hier. Der sitzt da hin. So. Anscheinend kann man sie mit sowas wie Knochen schnell wachsen lassen. Aber das habe ich noch nicht. Von daher mache ich das noch nicht. Oh Gott. Noch Fleisch. Ne. Doch Fleisch. Und noch ein Ei. Nehme ich mit. Dankeschön. Da ist auch Hühnchen. Hallo Hühnchen. Dich kann ich noch nicht holen. Denn ich habe noch keinen Platz für dich. Da ist noch mal ein fliegender Baum. Sehr schön. Drum ist Kohle. Die ich noch holen könnte. Aber jetzt gerade nicht. Lalalala. Ah ja. Hier habe ich noch. Da ist noch ein bisschen Holz drin. Deswegen. So. Jetzt müsste er gleich fallen irgendwann. Okay. So. Ich habe ein paar Pläne für heute. Aber. Was genau ich tun werde. Muss ich noch gucken. Hier sind Kühe. Das ist gut. Kann ich auch eine. Ja. Milch einmal. Haha. Danke. So. Hier waren Bienen irgendwo. Ne. Klar. Die müssen nicht irgendwo sein. Oh boy. Eine Höhle oder nur? Oh ja. Eine Höhle. Okay. Dann tue ich da kurz eine Lampe hin. So. Und pack noch eine hier. Dann möchte ich es markieren. Nein. Da oben drauf. So. Aber die ist gerade nicht mein Fokus eigentlich. Ich will die Bienen suchen. Ah. Bienen, Bienen, Bienen. Okay. Oh. Oh. Lava. Oh. Hi. Ach. Dann Lava hier an Oberfläche. Einfach so. Oh. Gott. Das ist gefährlich. Oh boy. Heu. Aber gut zu wissen eigentlich. Hier sind Pferde. Perfekt. Da ist noch eine Höhle anscheinend. Ja. Aber an sich nix. Was ich... Kann ich euch schon anlocken mit dem Heu? Ich glaube schon, ne? Kann ich euch anlocken damit? Nö. Das lässt euch leider kalt, ne? Höhle kann ich jetzt mal anlocken. Komm her, Kuh. Ja, die Kriärung damit. Okay. Oh, ich habe da oben auch Holz gelassen. Upsi. Ups. Ja, ich bin professionell hier. Ich kenne das. Ich bin Minecraft-Profi. Uff. Gott, ist das peinlich. War das der Baum, den ich dachte? War das der Baum mit dem Bienen drinne? Wo ich da abgehauen bin von? Weiß ich doch gar nicht. Ich glaube aber nicht. Ne, ich glaube nicht. So richtig was finden tue ich auch nicht. War eigentlich immer ein Bienenstock? Hier. Hier ist nur ein Baum. Da sind Schweine. Da sind Schafe. Ich brauche gerade kein weiteres Bett von daher. Ne, danke. Ich könnte aber noch ein bisschen Fleisch gebrauchen. Von daher. Komm her, Kuh. Bär dich nicht. Danke. Sorry, muss sein. Mein Fleischreserven gehen langsam zu Neige. Da, Biene. Ach, da sind Bienen. Hallo. Hallo. Da, da ist die Honigwabe. Sache. Oh, die sieht voll aus. Okay. Testen wir es aus. Ah. Ich hab's. Und? Keine wütende Biene? Oh. Hi. Danke. Okay, in dem Bäum wachsen sie. Okay, dann weiß ich es ja. Dann muss ich da mal gucken, ob ich es hinkriege. Esel. Esel. Oh, wie süß. Okay, ich hab Honig. Was ist das genau? Honigflasche. Cool. Das freut mich. Da ist noch mal Honig. Da ist noch ein Bienenstock. Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock. Wie kann man den Baum so groß? Ich brauche so einen hohen Baum. Warum haben wir uns bei mir in der Gegend? Sache. Keine wütenden Bienen. Ah. Wunder mich eigentlich. Ich hab gedacht, dass die Bienen wütend werden. Da sind Kürbisse. Die könnte ich mir noch holen, weil ich grad eh in der Gegend bin hier. Ja, das tue ich auch kurz. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich weiß nicht, ob es noch böse Unterwasserviecher gibt, außer Aua. Also die Zombieviecher. Obwohl, das sind Berge da hinten. Ich seh nicht. Ich schwöre mich aber weiter. Das ist Lava? Was? Oh, da ist einer. Warte, wie kann der unten Lava sein? Sache. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Das ist nur einer. Vielleicht kann ich ihn besiegen. Mach dich fertig. Ahaha. Ich hab, was hab ich bekommen. Äh, weiß ich grad gar nicht. Irgendwas Gutes. So, zurück zum, zu Lava. Ist da auch Wasser, wo durch Lava ist? Oder ist das Wasser hier weg? Oh boy. Oh. Das ist doch Lava, oder? Oh boy. Oh, 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 oh. Oh, jo, 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 jo. Magmalblöcke, das Sache. Oh. Was mag mal Blöcke?